Mein Arbeitgeber ist das Klinikum Scherding. Wir sind eines der Regionalspitäler der oberösterreichischen Gesundheitsholding. Im Klinikum Scherding übernehmen wir die Grundversorgung der Patienten im regionalen Raum. Ich komme gerne in die Arbeit ein und ich sehe gerne Kollegen. Wir haben Spaß in der Arbeit, wir öffnen gut zusammen, gewerksübergreifend. Es ist eine sehr positive Führungskultur, flache Hierarchien. Man wird unterstützt bei Fortbildungen, man wird unterstützt bei Fragen, Fehler werden verziehen. Das ist auch sehr angenehm und sehr schön. Unser Leitmotiv im Haus ist menschlich motiviert modern. Für uns steht der Menschenmittelpunkt, nicht nur die Diagnose, sondern der Mensch als ganzheitlich gesehen. Wir schauen, dass wir weg von der Anonymität zur Individualität kommen. Mutempunkt, immer neben dem responsiven